Bienvenidos a Paraguay! Heute geht es um das Thema Tanken in Paraguay und einen sehr, sehr interessanten Benzinpreisvergleich, der Erstaunliches zu Tage gefördert hat. Also, bleib dran! Egal, ob du in Paraguay mit einem Mietwagen unterwegs bist oder mit dem eigenen Auto, irgendwann erwischt es uns alle. Wir müssen an die Tankstelle. Und da läuft in Paraguay einiges doch ein bisschen anders ab, als wir das aus Europa kennen. Grund genug, da mal ein eigenes Video zu machen. Also, legen wir los! Fangen wir mal an mit der Zahl der Tankstellen, die in Paraguay aus meiner Sicht ganz gewaltig ist. Ich habe hier diese schöne Karte gefunden auf einer Seite eines Ministeriums und demnach gibt es aktuell in Paraguay 2663 Tankstellen. Das ist natürlich nur eine Schätzung, weil ich festgestellt habe, alleine während wir hier wohnen, in unserem direkten Umfeld wurden in den letzten Jahren mindestens zehn neue Tankstellen gebaut. Und ja, die haben es in sich. Wenn ich hier auf die Karte schaue, du wirst es nicht lesen können, erst recht nicht, wenn du jetzt auf dem Handy unterwegs bist. Hier unten im Bereich Asuncion Zentral sind über 1000 Tankstellen. In den angrenzenden Bereichen hier auch einige hundert Tankstellen. Nur oben im Chaco zum Beispiel oder unten an der Südgrenze, wo die Bevölkerungsdichte ein bisschen geringer ist, da sind natürlich auch weniger Tankstellen, einfach weil es weniger Autos gibt. Hier kann man nochmal den Großraum Asuncion sehen. Also selbst in eigenen Stadtteilen, in einzelnen Stadtteilen findest du einige Dutzend Tankstellen. Also dass man da irgendwie die nächste Tankstelle nicht mehr erreicht hat, wird es wohl im Normalfall nicht geben. Ich habe am 22. März 2023 mal eine Stichprobe gemacht und habe insgesamt 14 Tankstellen aufgesucht. Und zwar auf dem Weg von Asuncion über Lucke und San Bernardino nach Altos. Und bin einfach mal bei jeder Tankstelle stehen geblieben und habe Fotos gemacht von den Preistafeln. Es hat mich doch einfach mal interessiert, ob es sich lohnt, hier in Paraguay an den Tankstellen die Preise zu vergleichen. Ob es da große Unterschiede gibt. Und die Antwort findest du im zweiten Teil dieses Videos. Zunächst aber mal generell einige wichtige Informationen zu Tankstellen. Die mögen für dich insbesondere wichtig sein, wenn du noch neu bist in Paraguay oder deine erste Reise planst. Ich gehe in diesem Video mal auf die Tankstellenmarken ein, die es hier gibt. Welche Angebote haben die Tankstellen so? Und ganz wichtig, auf die Kraftstoffbezeichnung. Weil fast jedem geht es so, beim ersten Mal tanken stehst du wie der Ochs vorm Berg und fragst dich, was bitte muss ich jetzt tanken? Die Bezeichnungen sind hochgradig verwirrend. Wie läuft es so ein Tankstellenbesuch generell ab? Und dann komme ich zum Preisvergleich. Das ist der Inhalt des Videos. Ja, bevor wir loslegen, nochmal ein paar Sätze in eigener Sache. Hier geht es ja zum Tankstellen. Wenn du weitere Informationen benötigst zu anderen Themen, du findest auf unserer Seite paraguay-pioniere.com findest du einige Bücher, die Lia oder ich geschrieben haben. Allen voran das Buch Auswandern leicht gemacht von Lia. Das ist ein Schritt-für-Schritt-Ratgeber für Auswanderer und solche, die es werden wollen, wo du wirklich mit vielen Checklisten ganz systematisch durchgehen kannst, was du bei deiner Auswanderung beobachten musst. Und das ist wichtig, weil manche Dinge musst du einfach vorher gemacht haben. Sobald du ausgewandert bist, ist es dann zu spät. Und das ist dann immer schade, wenn man bestimmte Dinge nicht gemacht hat. Das zweite Buch Auswandern Paraguay habe ich geschrieben. Da geht es um die Erkundungstour nach Paraguay und was Paraguay mit mir so gemacht hat, wie es mich empfangen hat und wie ich das erlebt habe. Das ist sozusagen der unschuldige Blick eines Auswanderers auf das Land mit vielen interessanten Anekdoten und Details. Und ich glaube, behaupten zu können, dass es auch recht amüsant ist. Man muss die Satire manchmal erkennen, die sich hinter all dem verbirgt und sie beschreiben. Und dann macht das Ganze doch richtig Spaß. Das dritte Buch ist das Buch zum Thema Online-Schulen. Das hat Lia geschrieben und dort stellt sie insgesamt 33 Online-Schulen vor. Denn alle, die mit Kindern auswandern, brauchen irgendeine Schullösung. Und den meisten dämmert ist, dass vielleicht die lokalen Schulen nicht die optimale Lösung für ihre Kinder sind. Ich möchte das nicht pauschal so sagen, aber viele kommen an den Punkt. Und was mache ich dann? Und Lia hat hier wirklich mit akribischer Arbeit sämtliche Online-Schulen zusammengetragen, die in Frage kommen und stellt diese Schulen ausführlich, auch mit den Preisen natürlich dann vor. Das also zu unseren drei Büchern, die wir im Augenblick draußen haben. Jetzt aber zum Thema der Tankstellenmarken. Ich habe hier insgesamt mal elf Marken aufgeführt, wobei diese Liste keineswegs erschöpfend ist. Es gibt bestimmt einige weitere. Von diesen Tankstellen sind mir neun auf meiner Tour begegnet, die ich nachher beschreiben werde. Man kennt die meisten Marken in Europa im Grunde nicht. Wir kennen Shell sicherlich. Vielleicht hat der ein oder andere mal was von Pedro Brass gehört. Aber das meiste ist... Oder Puma Energy, weiß ich gar nicht. Gibt es Puma Energy in Deutschland? Schreibt mal in den Kommentar, wenn es Puma Energy gibt, bitte. Ich weiß es gerade nicht. Aber das meiste sind doch eher lokale Marken oder südamerikanische Marken, die in Europa keine Bedeutung haben. Einige Marken sind eher kleine Marken und älter. Und das sind welche, wo die Tankstellen überwiegend nur Kraftstoff anbieten. Und bei anderen, bei den moderneren Tankstellen, gibt es eine ganze Reihe weiterer Angebote. Angebote. Also, ja, wenn man Präsentationen spätabends macht, sollte man sie nochmal durchlesen. Egal. Vielleicht habe ich an Fun gedacht. Aber das macht auch Fun, was man bei den Tankstellen so erlebt. Viele Tankstellen sind so, wie man das aus Deutschland auch kennt. Das heißt, die Tankstellen haben auch ein kleines Supermarktangebot. Sie haben Gastronomie mit dabei. Und dadurch, dass in Paraguay viele Tankstellen sehr neu gebaut wurden, ist es dann so, dass relativ viele Tankstellen diese erweiterten Angebote haben. Von Kfz-Dienstleistung ganz zu schweigen, aber eben auch Supermarkt und Gastronomie. Und zu beiden Dingen möchte ich eine Kleinigkeit erzählen. Das Thema Supermarkt. Wir haben hier in Althos eine Tankstelle, die hat hinter dem Tresen ein Weinregal. Und das Weinregal ist geschätzt 2,50 Meter hoch und 4 Meter breit. Das heißt, die haben da etwa 10 Quadratmeter Weinregal in einer Tankstelle. Also da kommst du dir vor wie in einer Weinhandlung, wo du auch tanken kannst. Also das ist schon höchst erstaunlich. Und das andere, eine Erfahrung zum Thema Gastronomie, war mal in San Bernardino. Da habe ich es doch gewagt, einen Hamburger zu essen in einer Tankstelle. Und den habe ich auch bekommen. Und hinterher habe ich mir den Küchenchef kommen lassen. Und der kam dann an den Tisch und war jetzt doch sichtlich ein wenig in Sorge, was ich denn jetzt zu sagen hätte. Und ich wollte ihm einfach nur sagen, dass der Hamburger großartig war. Und dass es der beste Hamburger war, den ich seit Jahren gegessen habe. Und dass ich das in einer Tankstelle ganz sicher nicht erwartet hätte. Aber es war wirklich sehr, 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 sehr gut. Ja, also man kann an Tankstellen doch sehr positive Erfahrungen machen. Das Letzte ist noch Public Viewing. Sehr oft hängen dort Monitore. Und wenn dann mal Bundesligaspiele sind oder Fußball-Weltmeisterschaft und man hat gerade keinen Fernseher zu Hause, dann sind das beliebte Treffpunkte, wo man sich auch mal trifft, um gemeinsam Fußball zu schauen. Es gibt hier in Paraguay, wie auch in Europa generell, zwei große Gruppen von Kraftstoffarten. Das eine sind die Otto-Kraftstoffe, also die Benzinmotoren. Der Kraftstoff wird hier NAFTA genannt. N-A-F-T-A. Und die Autos werden teilweise als Nafteros bezeichnet. Da ist meistens die Oktanzahl angegeben. Das ist jetzt ein bisschen anders als in Deutschland. Da haben wir es standardisiert. Da haben wir Normalbenzin mit 91 Oktan. Super hat 95 Oktan. Und Super Plus hat ab 98 Oktan. Und hier in Paraguay findest du wesentlich mehr Oktan-Angaben, sodass man sich hier im Grunde immer mal mit seinem Auto beschäftigen sollte, mit der Bedienungsanleitung und gucken sollte, was darf ich denn tanken und was nicht. Meist hast du an den Tankstellen drei Oktanzahlen zur Auswahl. Und das beginnt allerdings schon bei 86 Oktan bis hin zu 100 Oktan. Und das andere sind die Diesel. Die werden hier auch Diesel genannt. Also das Wort ist hier das Gleiche. Allerdings gibt es dann oftmals Markennamen, die dem Wort Diesel hinzugesetzt werden und die dann den Kraftstoff näher bezeichnen sollen. Dann kann das Wort Diesel auch mal wegfallen und spätestens dann wird es verwirrend. Meistens hast du zwei Qualitäten zur Wahl. Beim Diesel manchmal auch drei. Das ist insbesondere bei Petro Brass so. Hier findest du jetzt mal Bezeichnungen von Kraftstoffen an paraguayischen Tankstellen. Also hier Pri 90 und Komun 89, Super 97 und Oikoite und Aratiri und was haben wir hier noch alles? Elite, KP, Mbarete. Das kann mitunter schon recht verwirrend sein. Und ich frag dich jetzt mal, wenn du jetzt vor diesen Bezeichnungen stehst, wüsstest du, was jetzt hier Dieselkraftstoffe sind und was Benziner sind? Also wenn du mal raten möchtest, ich nehme das Fragezeichen mal weg. Und wenn du magst, halt die Folie einfach mal an und überleg mal und lass dich auf das Rätsel ein. Wenn nicht, mache ich jetzt weiter und löse das Ganze auf. So, hier habe ich das jetzt geordnet. Auf der linken Seite siehst du jetzt die Benzinkraftstoffe von einigen ausgewählten Tankstellen. Ich könnte noch so eine Liste machen mit nochmal genauso vielen Begriffen von den anderen Tankstellen, die ich nicht berücksichtigt habe. Und was jetzt auffällt, das ist, wir haben auf der linken Seite bei den Benzinern im Grunde fast immer eine Zahlenangabe, die in meinem Beispiel zwischen 88 und 100 liegt, geht runter bis 86 bei anderen Tankstellen. Und das ist die Oktanzahl. Das bedeutet erste Erkenntnis, wenn da so eine Zahl dahinter steht, wie 97 oder 93, dann ist das wohl eine Oktanangabe und dann müssen das wohl Benzine sein, also normale Kraftstoffe für Otto-Motoren und keine Diesel. Die Regel geht aber nicht immer auf, denn umgekehrt, also jetzt ein Kraftstoff wie Grit oder Oikoite, da steht halt keine Zahl dahinter und dann muss ich schon so ein bisschen raten, was es denn sein darf. Was die Oktanzahlen angeht, ich habe die so ein bisschen gruppiert auf der linken Seite. Nochmal zur Erinnerung, in Deutschland Normalbenzin hat 91 Oktanen. Wir finden also hier in Paraguay jetzt einige Kraftstoffe, die weniger als 91 Oktanen haben. Die haben also nicht die Qualität wie das, was wir aus Deutschland bei Normalbenzin kennen. Wenn ich Qualität sage, ist damit gemeint, die Oktanzahl ist ein Maß der Klopffestigkeit des Benzins und gedacht ist damit folgendes, gemeint ist damit folgendes, wenn du Benzin verdichtest, dann kann es sein, dass es sich von selbst entzündet und dann gibt es Fehlzündungen. Das ist das sogenannte Klopfen im Motor und je billiger das Benzin ist, also je schlechterer Qualität, umso leichter passiert das. Das kann den Motor halt schädigen und das ist zu vermeiden. Und je höher die Oktanzahl ist, also je höher die Zahl dort ist, umso qualitativ hochwertiger ist der Kraftstoff und umso weniger Fehlzündungen wird man haben. Wenn man jetzt ein Auto hat, was zum Beispiel 95 braucht, kann man ohne weiteres auch 97 oder 100 tanken. Also der Motor freut sich drüber, der Geldbeutel weniger. Aber wenn du ein Auto hast, was 95 braucht, dann sollte man nicht unbedingt runtergehen. Also da muss man schon gucken, ob man das jetzt riskiert. Hat es sich der Hersteller leicht gemacht und einfach nur eine hohe Zahl angegeben oder ist das wirklich notwendig? Also ich wäre da sehr, sehr vorsichtig. Wir haben also jetzt die Gruppen der Kraftstoffe unter 91, die also unter dem deutschen Normalbenzin liegen. Ich weiß nicht, welche Fahrzeuge so einen Kraftstoff brauchen. Wenn du das weißt, wenn du vielleicht Techniker bist, schreib mir gerne mal was in die Kommentare, ob du Autos kennst, die weniger als 91 Oktan brauchen, also weniger als Normalbenzin. Dann haben wir Kraftstoffe, die gehen hier von 92 bis 95. 92 und 93 wäre also schon ein bisschen mehr als der deutsche Normalkraftstoff. Und dann haben wir die 95er. Das ist ziemlich genau gleichbedeutend mit dem deutschen Superkraftstoff. Dann haben wir die, die liegen bei 97. Das ist also bessere Qualität als Super in Deutschland, aber noch nicht Super Plus, weil das beginnt bei uns bei 98. Die beiden habe ich nochmal extra aufgeführt. Hier Quantum 98 und Podium 100. Das ist also vergleichbar mit dem Super Plus, was wir aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz kennen. Diese verwirrenden Bezeichnungen haben wir übrigens teilweise auch im europäischen Ausland. Also dafür muss man gar nicht nach Paraguay fahren, wenn man da Chaos und Verwirrung erleben möchte. Das geht auch in Europa ganz gut. Auf der rechten Seite dann die Dieselkraftstoffe. Die habe ich hier in drei Spalten aufgeteilt. Ganz links die Spalte wäre der Euro 5 Kraftstoff mit dem Additiv S50, auch hier einmal Porra genannt bei einer Tankstelle. Das sind wohl die Guarani-Namen, also Porra und Mbarete steht da rechts noch und links halt dieses Oikoite. Das ist wohl Guarani. Ich kann die Worte nicht übersetzen. Ich kann, naja, 50 Worte Guarani, aber die sind jetzt nicht darunter. Wenn du weißt, was das heißt auf Deutsch, Oikoite, Porra und Mbarete, dann schreibt das gerne mal in den Kommentar rein. Würde ich mich freuen. Also Euro 5 ist der einfache Diesel. Ich weiß nicht, wer den noch braucht. Also alte Landmaschinen vielleicht. Ich bin da jetzt nicht der Experte. Was ich aber sagen kann, ist wir hatten einen Ssangyong-Rexton Baujahr 2007. Also nicht mehr so ganz taufrisch das Auto. Und der brauchte schon Euro 6. Da kamen wir mit dem einfachen Diesel schon nicht mehr hin. Autos aus dem letzten Jahrtausend kriegen vielleicht noch Euro 5 hin. Aber die neueren Diesel werden alle Euro 6 brauchen. Oder auch Mbareto Ultra A oder Elite S10 genannt, wobei S10 wohl wieder der Name für das Additiv ist, was sich in diesem Kraftstoff befindet. Und schließlich noch Podium. Haben wir jetzt hier nur bei Petro Brass gesehen. Das ist sozusagen das Ultra-Hochleistungs-Diesel. Wenn man eine ganz besonders innige Beziehung zu seinem Motor hat und dem was ganz besonders Gutes tun möchte, kostet aber auch doch einiges mehr. Das sind also die Kraftstoffe, die dir an der Tankstelle begegnen werden. Wie läuft das jetzt ab hier in Paraguay? Du hast, anders als in Deutschland, immer einen Tank-Service. Und üblicherweise kommen die erst mal und wollen wissen, was du denn möchtest. Und ich würde dann zum Beispiel sagen, ich möchte Noventa Siete, also 97. Dann weißt du, dass ich halt Benzin mit 97 Oktan möchte. Also Noventa Siete und dann sage ich ihm immer noch Yeno. Yeno heißt dann voll, dann weiß er, dass er voll tanken soll. Denn das ist hier in Paraguay nicht so selbstverständlich, wie das vielleicht in Deutschland ist. Also Noventa Siete und Noventa Cinco oder Diesel, Euro Cinco, Yeno. Also das wäre dann die Ansage. Dann kommt er nochmal wieder und fragt üblicherweise nach der Bezahlart. Contajeta o en efectivo, also möchtest du mit Karte bezahlen oder in bar. Contajeta wäre die Karte und en efectivo wäre halt bar. Und dann fragt er immer noch nach Faktura con Nombre. Das ist, wenn du in Paraguay steuerpflichtig bist und du hast eine paraguayische Steuernummer, also eine RUC, R-U-C, dann würdest du sagen Faktura con Nombre und ansonsten würdest du einfach sowas antworten wie Ticket, Ticket nomas oder Ticket solo. Dann weiß er, er braucht nur den Kassenzettel und braucht deinen Namen und deine Steuernummer nicht zu notieren. Manchmal kann es dir passieren, dass dir auch mal während des Tankens die Scheiben geputzt werden oder sogar der Reifendruck kontrolliert wird. Ist mir persönlich zwei, dreimal passiert. Das war an der Enex-Tankstelle. Bei den anderen hatte ich das jetzt noch nicht. Trinkgeld wird nicht erwartet, aber doch gerne genommen. Wichtig ist die richtige Höhe, die entscheidest du natürlich selber, aber ich darf sagen, bei meinem allerersten Tankstellenbesuch in Paraguay habe ich damals 5000 Quarani Trinkgeld gegeben und dann dachte ich so, naja 5000 Quarani, damals etwa so 70 Cent, das ist ja okay und der Tankwart war sichtlich verwirrt, der konnte nichts damit anfangen. Also ich hatte gerade bezahlt zuvor und jetzt gebe ich ihm 5000 Quarani und das hat er nicht verstanden, weil für ein Trinkgeld war es zu viel. Also man muss berücksichtigen, in Paraguay so gefühlt sozusagen 1000 Quarani sind für den Tankwart das, was für den Tankwart in Deutschland ein Euro wäre. Und jetzt habe ich ihm also gerade 5 Euro Trinkgeld gegeben aus seiner Sicht, also so einen halben Stundenlohn vielleicht und das macht keiner. Also das war ungewöhnlich, deshalb war er verwirrt. Als er dann verstanden hat, dass ich das ernst meinte und dass es Trinkgeld war, hat er sich natürlich gefreut und von da bis da gegrinst. Klar, schön, aber ich habe gemerkt, das war wohl ein bisschen überzogen. Also wir wollen ja als Europäer nicht kleinlich sein, aber auch nicht als die Melkkühe wahrgenommen werden und das ist manchmal nicht einfach, den Mittelweg zu gehen. Und ich gebe jetzt im Normalfall immer 2000 Quarani Trinkgeld, da ernte ich das gleiche Lächeln und das ist vielleicht dann der Situation angemessen. Aber das ist meine persönliche Meinung, du darfst gerne eine andere haben, keine Frage. Ja, jetzt kommen wir zu dem Preisvergleich. Hier jetzt mal ein paar Bilder, einige Impressionen. Hier ist also, dass die Preistafel so ein bisschen zugewachsen bei Co-Petrol, da muss man mal hinter die Pflanze schauen, wenn man die Preise wissen möchte. Pjulpaar und Petromax hier, da kann man die Preise nicht klar erkennen auf dem Foto durch die digitale Anzeige, die lässt sich nicht vernünftig fotografieren. Bei anderen Tankstellen geht es übrigens. Nochmal Co-Petrol hier und dann haben wir Co-Pack, eine Enex und eine Petropar. Petrobras, die habe ich gleich zwei oder dreimal gesehen. Hier noch eine Gasur, Petro Chaco, übrigens Petrobras ist die brasilianische Marke. Man könnte es ja vermuten anhand des Namens und analog dazu Petropar ist eine paraguayische Tankstellenmarke. Dann nochmal eine Petrobras. Michelle war dabei, die haben gar keine Preistafel draußen gehabt. Die hatten nur zwei Kraftstoffe rausgegriffen und haben da so ein großes Band aufgehängt mit den Preisen drauf. Ja, dann haben wir hier noch, wer ist das jetzt? Weiß ich gar nicht. Das ist auch eine Petrobras. Hier ist noch eine Petropar wiederum. Also so sieht das halt an den Tankstellen dann aus. Bevor ich jetzt die Preise vergleiche, nochmal einen weiteren Hinweis auf unsere Dienstleistungen. Wir bieten dir gerne Beratungen an. Die findest du auch auf paraguay-pioniere.com und dann gehst du oben auf Beratung und da kannst du dann Beratungsgespräche per Zoom buchen zu allen Themen, zum Thema Paraguay, die dich interessieren, also auch Geldtransfer, Immobilien, Geldanlage, Kinder in die Schule, was auch immer dir auf dem Herzen liegt. Ich glaube, nach über fünf Jahren sind wir mittlerweile recht gut informiert über alle Aspekte hier. Und wenn dir das zu viel ist, dann haben wir auch noch das Paraguay-Forum, paraguay-forum.com. Da findest du Zugang zu, ich meine, es sind 16 oder sogar schon mehr themenspezifischen Gruppen. Das kostet übrigens einmalig 10 Euro und das ist gut so. Nicht, weil wir damit reich werden würden, das tun wir ganz gewiss nicht. Da geht auch noch Steuer und alles ab. Aber der Punkt ist, dass wir damit die Spammer draußen halten. Und das ist so ein angenehmes, schönes Klima in den Gruppen, wenn vernünftige, intelligente Menschen anständig miteinander reden und umgehen. Wir genießen das immer. Also vielen Dank auch an alle, die in den Gruppen drin sind. Jetzt aber zum Preisvergleich. Hier habe ich jetzt mal die ganzen Preistafeln in einer Excel-Tabelle zusammengefasst. Ich möchte bemerken, dass es bei Shell sicherlich noch weitere Kraftstoffe gibt, aber da waren die Preise eben nicht ausgepreist und an Tresen gehen wollte ich deswegen nicht, um extra zu fragen. Wenn du jetzt auf dem Handy guckst, dann wirst du es wahrscheinlich nicht gut lesen können. Obendrein ist es Guarani. Sind es Guarani, aber dir kann geholfen werden. In Schritt 1 habe ich jetzt hier die gleichen Preise in Euro umgerechnet. Und zwar mit dem Tageskurs vom 22. März. Das waren in etwa 7.800 Guarani für einen Euro. Das ändert nichts daran, dass du es auf dem Handy nicht lesen kannst. Deshalb nehme ich jetzt mal die Quintessenz hier raus. Oder nee, bevor ich die Quintessenz mache, ich habe nämlich keine Folien zum Thema Alkohol und Gas. Alkohol habe ich hier an einigen Tankstellen gefunden. Und das war ein Preis von 6.790 Guarani oder 87 Cent für einen Liter. Das ist der pure Alkohol. Und wir selber haben ein Auto, was diesen Kraftstoff tanken kann. Und wir haben es auch getan. Und bemerkenswert finde ich, dass wir vor etwa drei Jahren dort noch Preise gezahlt haben von 4.000 Guarani und jetzt sind es 6.790. Also das ist mal eben eine Preissteigerung von 50 Prozent oder so oder sogar schon 60 Prozent jetzt aus dem Kopf mal. Das ist ganz schön happig. Also da ist der Kraftstoff, gerade der Alkohol, extrem teuer geworden hier. Das ist mittlerweile also Niveau, da kann ich schon fast eine günstige Flasche rum im Supermarkt kaufen und die in den Tank kippen. Gut, die hat dann zu wenig Alkohol, die hat dann nur 40 Prozent. Und da brauche ich wohl ein bisschen mehr. Aber das ist schon kernig. Die anderen Preise haben auch deutlich angezogen. Natürlich alles auf einem geringeren Niveau als in Europa, aber doch vom Preisverlauf her ganz ähnlich. Das heißt, vor der ganzen Geschichte mit Russland, Ukraine war es deutlich günstiger. Dann sind die Preise erheblich nach oben gegangen und dann nur zum Teil wieder zurückgekommen. Obwohl das Erdöl heute an den Weltmärkten weniger kostet als Vorkriegsbeginn. Also das, ja. Ich habe eine Idee, wo das Geld jetzt geblieben ist. Aber gut. Jetzt aber, damit du es auch lesen kannst, gucke ich mal auf einzelne Kraftstoffe drauf. Ich habe hier übrigens in der Tabelle, ich gehe nochmal zurück, ich habe hier mehrere Spalten gemacht. Nafta 1 sind für mich die Kraftstoffe, also die Benziner mit weniger als der deutschen Normalqualität. Nafta 2 wäre für mich von 92 bis 95, also ein bisschen mehr als normal. Und 95 wäre dann super. 97 wäre schon dicht dran an Super Plus. Und 98 und 100 wäre nach deutscher Definition dann Super Plus. Und bei Diesel habe ich hier 1, 2, 3. Diesel 1 wäre für die ganz alten Fahrzeuge, was heute eigentlich kaum noch jemand braucht. Diesel 2 wären die allermeisten Diesel. Das ist das, was du als Dieselfahrer normalerweise tankst. Und Diesel 3 ist, wenn dein Auto Geburtstag hat und du noch ein Geschenk suchst und mal ein bisschen was ausgeben möchtest. Ja, Nafta 1 haben wir hier im Preisbereich von 9, ich mache das jetzt immer mal in Eurocent, von 89 Cent bis in Euro. Das sind also 11 Cent Differenz. Man hat also hier eine maximale Ersparnis von 11%, 11,4%. Das ist jetzt immer zunächst mal eine Ersparnis, wenn ich vom teureren Preis ausgehe und dann gucke, wenn du jetzt statt dem ganz Teuren das günstigste getankt hättest. Also wenn du vom Teuersten auf den günstigsten Anbieter umsteigen würdest, was hättest du dann gespart? Das ist insofern ein bisschen theoretisch, das gebe ich zu. Weil der teuerste Anbieter ist manchmal irgendeine kleine lokale Tankstelle. Wenn du nur zwischen den großen Ketten vergleichst, die die zahlreichen Tankstellen haben, dann ist die Ersparnis meistens die Hälfte. Dann hast du vielleicht noch 4, 5% Ersparnis, aber im Normalfall keine 11% mehr. Das ist also jetzt mal eine ehrliche Betrachtung. So, Nafta 2 wäre also besser als Normalbenzin bis hin zu Super. Haben wir hier im Bereich, das ist ja wichtig jetzt für den Preisvergleich mal, 96 Cent, 97 Cent, das kostet also einen Liter Super. Ich habe hier zwei günstigste Anbieter genommen, obwohl der eine ein bisschen teurer ist, weil die Oktanzahlen differieren. Der günstigste ist hier Petropa, aber das sind auch nur 93 Oktan, das ist irgendwo so die halbe Strecke zwischen Normal- und Superbenzin. Und wenn man jetzt richtig mit Super vergleichen möchte, ohne Wenn und Aber, dann sind wir bei 95 Oktan und dann haben wir halt 100 Guarani oder auch anders ausgedrückt 1,2 Cent mehr. 97 Cent für einen Liter Superbenzin in Paraguay. Der teuerste Anbieter war hier in meinem Vergleich eine Tankstelle in Sunbeer mit 1,07 Euro. Also auch hier rund 8%, 8,9% Differenz zwischen diesen beiden Preisen. Jetzt habe ich hier nochmal verglichen die Preise in Paraguay mit den Preisen in Deutschland. Der günstigste Anbieter bei Superbenzin in Paraguay 97,4 Cent wie eben gerade gesehen. In Deutschland wäre das eine Tankstelle in Ludwigshafen im Augenblick mit 1,65,6 da habe ich geguckt bei clevertanken.de und da sind die Städte ja alle aufgeführt und der teuerste Anbieter in Paraguay 1,03 Euro und in Deutschland ist das die Stadt Worms wo man für den Superkraftstoff bis zu 1,80 Euro bezahlt. Also hier kann man in jedem Fall sehen, dass die Preisdifferenz hier ganz erheblich ist. Das sind ja hier beim günstigsten Anbieter rund 68 Cent Differenz zwischen Deutschland und Paraguay aber was man auch sagen muss ganz ehrlich die Autos schlucken hier irgendwie mehr ich weiß nicht ob das an der Witterung liegt weil das hier manchmal ein bisschen heißer ist oder ob es daran liegt dass hier die Autos oftmals aus Brasilien kommen und dann die Motoren verbaut werden die in Deutschland vor Jahren verbaut werden aber ich unterhielt mich neulich mit seinem mit meinem Bruder der berichtete von seinen Spritverbräuchen ich sagte also wir haben hier oftmals so 11,12 Liter bei unseren Autos gut das sind jetzt Benziner natürlich und er fährt einen Diesel diesen Diesel den viele noch kennen den 1,9 Liter Diesel der MVW Konzern in verschiedenen Autos verbaut wird und er fährt den so mit 3,6 Litern also da treibt es mir die Tränen in die Augen hätte ich auch gerne hier ganz ehrlich aber habe ich hier so noch nicht gefunden vielleicht hat jemand einen Tipp was hier richtig verbrauchsgünstige Autos sind habe ich hier Benziner wo ich 5,6 Liter verbrauche oder Diesel wo ich unter 5 verbrauche wüsste ich sehr gerne der dritte Vergleich das sind die Kraftstoffe die sind schon besser als der Super Kraftstoff in Deutschland aber haben noch nicht ganz super Plus Qualität da liegen wir hier zwischen 1,10 Euro und 1,22 Euro der günstigste Anbieter hier schon wieder die Co-Petroltankstelle in Luke ja es ist wie es ist ich habe mit denen keinen Werbevertrag ich habe auch keine Affiliate die waren einfach die günstigsten bei verschiedenen Kraftstoffen und die Differenz sind auch hier wieder fast 12 Cent pro Liter und schließlich noch der Vergleich der Ultra Hochleistungskraftstoffe wenn du also Rennwagen fährst oder ich weiß nicht ob jetzt irgendwie Sportwagen es gibt ja doch vereinzelt auch mal hier also einen kenne ich einen Ferrari in Paraguay einen Lamborghini habe ich auch schon mal gesehen vielleicht brauchen die denn diese Kraftstoffe das weiß ich nicht ich hatte noch keinen Ferrari oder Lamborghini hier liegt der Preis zwischen 1,31 und 1,42 also rund 11 Cent Differenz wobei ich auch erwähnen möchte der günstigere Preis bezieht sich auf 98 Oktan und der teurere auf 100 Oktan das ist natürlich auch ein Unterschied wenn du wirklich Geld sparen willst dann finde ich bemerkenswert den Unterschied zwischen 97 oder 98 Oktan 98 Oktan wäre in Deutschland also super plus und 97 wäre schon viel besser als super aber noch nicht ganz super plus und hier haben wir zwischen diesen beiden Kraftstoffen eine ganz schön große Preisdifferenz von 21 Cent also wenn du sonst gewohnt warst 98 Oktan zu tanken und 1,31 zu zahlen dann guck doch mal ob du vielleicht auch mit 97 Oktan hinkommst ob der Motor das mitmacht falls ja kannst du eine Menge Geld sparen jetzt die Betrachtung beim Diesel über den einfachen Diesel gehe ich relativ schnell hinweg wie gesagt super alte Motoren Landmaschinen und sowas Euro 5 oder die Fahrzeuge die euch die freundlichen Kommentatoren unter das Video geschrieben haben Apropos unter dem Video ich hatte vorhin von den eigenen Angeboten gesprochen die werden wir unter dem Video auch nochmal alle verlinken aber wir haben aber wir haben hier jetzt mal den Preisvergleich mit Deutschland aufmachen darf in Paraguay der günstigste Anbieter 1,28 für einen Liter Diesel in Deutschland der günstigste das wäre in Leverkusen knapp 1,62 und die teuersten Anbieter haben wir hier bei 1,40 gerundet und in Deutschland bei 1,80 Euro in Konstanz da ist der Dieselkraftstoff besonders teuer wenn ich jetzt vergleichen darf dann stelle ich fest wir hatten beim Benziner doch deutlich größere Preisdifferenzen da waren wir bei über 60 Cent hier sind wir irgendwie bei 33 Cent oben beim günstigsten Anbieter und beim teuersten unten sind es eher 40 Cent also da sind die Preisdifferenzen nicht ganz so groß Dieselpodium muss ich jetzt nicht viel vergleichen da haben wir nur einen Anbieter gehabt der also dieses super spezielle Diesel anbietet und das sind die Petrobras Tankstellen auch nicht alle aber die meisten wohl 1,40 Euro aber wenn es um Sparen beim Tanken geht gibt es noch weitere Hinweise es gibt bei Tankstellen immer mal wieder Aktionen dann hängen die mal für einen Tag oder zwei irgendwelche Spruchbänder raus und auf diesen Spruchbändern steht dann halt drauf heute 400 Guarani Rabatt pro Liter und das können je nach Kraftstoffsorte ja schon ohne weiteres mal 5% auf den Kaufpreis sein also das kann sich schon lohnen wenn man da ein System dahinter erkennt und dann weiß immer Mittwochs hängen die das Ding raus oder so dann kann man ja ein bisschen danach planen apropos ein bisschen danach planen und Mittwochs hier ist eine weitere Möglichkeit das ist jetzt sozusagen die Königsdisziplin des Sparens beim Tanken die Banko Itaú bietet Kreditkarten hier im Bild ist eine Visa-Karte angegeben und mit dieser Visa-Karte der Banko Itaú gibt es an ganz vielen Stellen erhebliche Rabatte so dass man wirklich schon unruhig wird wenn man die nicht hat ich habe auch da keinen Vertrag mit denen ich habe keine Affiliate links und nichts aber hier beim Tanken jetzt sagen sie in den Monaten Februar und bis 29. März wenn du dort mittwochs tankst an den Tankstellen von Petro Brass dann kriegst du auf den Preis dort 20% so 20% beim Tanken das ist jetzt nicht ohne du kriegst mit der gleichen Karte auch bei Supermärkten steht da manchmal irgendwie in den letzten drei Tagen des Monats wenn du mit deiner Banko Itaú Kreditkarte bezahlst kriegst du 30% auf alles beim Supermarkt oder so ich meine es waren 30 oder 25 aber in jedem Fall schon so viel dass man sagt das lohnt sich ja schon das sind ja dann wenn du jetzt für 100 Euro einkaufst und dann mal eben da irgendwie 20, 25 Euro sparen kannst das finde ich jetzt nicht ohne also das ist schon ganz erfreulich also das ist eine weitere Möglichkeit wie du beim Spritkauf sparen kannst ja das war's wir sind am Ende angelangt wenn dir das Video gefallen hat was ich natürlich hoffe dann gib bitte gerne einen Daumen hoch und abonniere unseren Kanal und dann freue ich mich drauf dich bei einem unseren nächsten Videos wiederzusehen vielen Dank und bis bald Tschüss Vielen Dank und bis bald